Kacke Ja Musik, danke, dass du mir mein Versagen mithangelst Scheiße, ich hab den Ring nicht gesehen Ich dachte, er geht nochmal hoch Der ist aber fies platziert Da schon wieder So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oh je, da muss ich hin Genau Den Typen Erledigen wir Alles für den Arsch Und doch mal bitte Das ganze bitte ordentlich Das gefällt mir eigentlich Spannungsmusik, das passt Ich hab wahrscheinlich eine Kante getroffen Was zur Menge Bah Hallo, ich war da dran Wie schnell muss ich denn bitte nach rechts lenken? Scheiße Ring, ach nur Ring Elika, Elika drücken, Elika So, Turbo rechts, links, rechts Ach, geschafft Ring Und wieder Turbo Oh, die werden immer schwerer Die Level Nee, ist nicht wahr Haben wir es bald Boah, ich hoffe, dass wirklich eine Pause zwischen Weil ich will das nicht nochmal machen Müssen Den überhitzt mein Laptop Erlaubt mir Den überhitzt wirklich mein Laptop Wir wären da Ich speichere einfach mal ab In der Hoffnung, es funktioniert auch wirklich Das klang doch auch ganz gut So, aber bewegt sich die Plattform Bewegt sich die Plattform da im Hintergrund Das glaube ich aber nicht Verzahre Autsch Mal sehen, wie unsterblich ihr wirklich seid Was zum Hänge, da war doch nichts Schiete An die Macht Er wird euch nicht bekommen Oh, wie gemein ist das denn Er macht schon wieder diese Unsterblichkeitsscheiße Oh, wie gemein ist das denn Ach, wie gemein Ja, Matsch und ich versinke Ich glaub es nicht Scheiße Wie wär's mit einem kleinen Experiment Mit euch und meinem Schwert Oh, wie gemein ist das denn Sieg weiter Wie er ist das denn Ich blege Wie er ist das denn Wie er ist das denn Wie ist das denn Gott ist der Hisswicht Bäm, voll den Kassel Nein Oh, doch nicht in die Suppe, ey Aber der Kampf ist gut, muss ich sagen, der läuft gut Ariman wird euch nicht retten Oh, ist echt nicht so Bleibt zurück Bäm, das läuft gut Ah, ich wünsche, da gibt es keine Pause Oh, ja, ne Yeah, versinkt, yeah Meine Tochter darf ich auch Haltet sie zurück Ihr schafft es Ein Combo nach dem anderen, oder was? Ihr habt recht Er muss aufgehalten werden Wer minkt ihr dies? Jemand wird euch nicht retten Oh, änderung Der Plan Ihr schaut aber ängstlich für einen Unsterblichen Ach, jetzt müssen wir ihn jagen, oder? Er wird es uns nicht leicht machen, wenn wir ihn kriegen Wie immer Aber das heißt, ich kann speichern Ich denke mal ja Ich mache mal einfach mal ein Save Wo ist der hin? Ich weiß nicht Zum fruchtbaren Gebiet Ich glaube, es ist über dem Observatorium Aber seit die Ahura ihre Kräfte verloren Ist es unerreichbar Nur mal so nebenbei Das fruchtbaren Gebiet Gibt es nicht mehr Hier Das ist das Nest von ihm Der Alchemist die Kräfte der Ahura? Er hatte Sie wurden ihm genommen Als er sich Ariman zuwandte So hat er sie also verloren Aber was habt ihr anderen Böses getan? Ich sagte doch Dass die Kräfte mit der Zeit verblassten Und? Es gibt Kraftplatten Die uns nach oben bringen Benutzen wir sie Was ja eine große Schlacht gewesen sein Es war eine Sache von Stunden Arimans Macht Die Maschinen des Alchemisten Nur Ormasts direktes Eingreifen Konnte die Stadt befreien Es ist ein langer Weg Erzähl dein Anekdötchen Konzentrieren wir uns auf die Aufgabe So werden wir es beide schaffen Zu überleben Irgendwas stimmt mit dem Ton nicht Aber ich weiß auch nicht warum Wir haben Dolby Surround hier Ist das nicht toll? Ja aus irgendeinem Grund Haben wir hier Oh hi Aua Au Ja ist gut Alles klar Instant Kill Super Kombo Go Oh Gott Das Ding ist ja jetzt schon hässlich Aua Brauch euch Da reicht mir jetzt schon Zurück Eigentlich Wir müssen nur einmal Glück haben Scheiß die Wand an Wir sind ja noch hässlicher Ist doch richtig Dass das jetzt Observatorium heißt 26 23 29 39 36 Hä Ach das wird oben aktuell Ah Alles klar Wie immer verwechsel ich die Taste grün Also springen Als Konterangriff Also Ich weiß auch Oh Sieht aber schick aus Muss ich sagen Sieht Da ist Saturn Da ist nochmal Saturn Das sind die Jupiters Haben wir hier irgendwo eine Sonne? Die ist wahrscheinlich da oben in dem Mittel Ganz viele Saturns hier Das erinnert mich an was Kraftplatten aktivieren Oh Oh Oben ist die Decke aufgegangen Oh wir wollen nicht raus Nein 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 Oh du Scheiße Jetzt Das war der kürzeste Ja Gehen wir weiter Das war der kürzeste Kampf überhaupt Glaube ich Oh Wir sind ja tief Ne wir sind doch Wow Hat noch jemand Lust auf einen tollen Hintergrundbildschirm So Jetzt Bildschirmfoto machen Oh Ich stehe noch ordentlicher hin So Genau Hier ist das mit dem Pärchen in der Mitte Und so Jetzt Foto machen Habt ihr es? Alles klar Und ich speichere der Wein mal ab Ja Nehmen wir den anderen hier Jetzt ist der rum Ja Uiuiui Wir sind gespannt Und Vielen Dank.